und da beginnt auch schon das erste event goldmann muss pissen und jetzt geht's auch schon gleich an den start oder darf nicht berühren das war richtig knapp das war knapp fast wäre ausgeschieden die challenge wäre fast vorbei gewesen für dave goldmann muss in 36 stunden muss mal pissen mann du musst pissen wir wollen das sehen wie du das anstellt so wie ich an bist weil dieser wind der fliegt ja so richtig rum guckt mal wie die pflanzen sich hin und herbewegen es ist eigentlich voll lachiert ihr seht ihr das richtig krass wie die herumflattern hier ist richtig bin ich wenn er pisst dann kann es sein dass sich selber ein pisst oder die pisse fiktatur ins gesicht die winterrichtung nicht richtig stimmen wer ist wen an wer ist der wahre pisser 36 stunden bis negenwettbewerb dieser baum wird so bis zu naturin wird naturin fabrizieren er wird es ausstoßen ein urinalverfahren durchführen wie geil er grinst beim pissen ist das nicht weltklasse würde die leuchte nicht sein gesicht verblenden es ist so geil wie selbstbewusst er beim pinkeln aussieht ich gehe mal näher ran ich hoffe dass der urin nicht wegen dem wind gegen mich fliegt das tut er tatsächlich der fliegt mir ins gesicht der urin ohne scheiß jetzt ich habe meinen bruder angepinkelt wegen wind also ohne extra wegen das hat der wind für gemacht die